Moin moin und herzlich willkommen zu meinem diesjährigen Vortrag bei den Tux-Tagen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und es soll darum gehen, wie ich als eigentlich Debian-Nutzer zu AlmaLinux gekommen bin. Was ich heute vorhabe, ich werde einige Folien zeigen, ein bisschen erzählen, was so die Unterschiede zu Debian sind, also Unterschied zwischen AlmaLinux und Debian. Größter Punkt natürlich die Paketverwaltung, die ist quasi komplett anders, aber wiederum gibt es auch viele Dinge, die ähnlich sind, ähnliche Zielsetzungen, was man damit macht. Dann habe ich ein kleines Beispielprojekt, wo ich ein AlmaLinux nehme und dann Apache, MySQL, MayServer und PHP drauf installiere, mit so einer kleinen Demoseite, letztendlich ein bisschen was zum Thema Sicherheit noch erzähle und das Ganze zeige ich auf einem AlmaLinux 8.5. 8.5 ist jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, rausgekommen, also das ist noch sehr, sehr frisch. Damit das Ganze auch ein bisschen einfacher läuft, weil viele Dinge, die wiederholen sich, weil man jetzt zehn Maschinen hat oder so, dann ist es praktisch, weil man das Ganze automatisiert. Ich habe das in Skript gegossen, damit das einfacher ist, ihr könnt das denn auch so verwenden, wie ich das hier mache. In dem Vortragsprogramm ist meine Seite auch verlinkt und dort drauf findet ihr wiederum die Folien, die ich jetzt zeige und dort sind auch Skripte drin verlinkt, die ihr eigentlich auch benutzen könnt. Dann zu Fragen, ihr könnt ja einmal im YouTube-Chat und direkt auf der TUX-Tage-Seite könnt ihr den Stream auch live angucken und da gibt es auch so ein kleines Chatfenster und im Anschluss gibt es hinterher auch noch einen Jitsi-Raum. Also ich werde versuchen, dass ich alles hier drin unterbringe, was ich heute so zeigen will und für Fragen wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit sein. Also für alle, die es interessiert, treffen wir uns nachher in diesen Jitsi-Raum. Noch ein Hinweis dazu, diese Folien sind extra, deswegen so ausführlich, damit ihr sie auch zum Nachschlagen benutzen könnt. So, denn ein bisschen über mich noch. Ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23, organisiere quasi auch eine Konkurrenzveranstaltung, die Kieler Open Source und Linux-Tage. Dann habe ich einen YouTube-Peertube-Kanal, nicht der Weisheit letzter Schluss, wo ich alles Mögliche mache, was mich so beruflich oder privat beschäftigt an Projekten aus dem Linux-Bereich. Jede Woche gibt es auch noch eine Live-Sendung mit Jorn und mir. Das ist der Organisator der Tux-Tage, also der das Ganze angeleiert hat. Und nebenbei bin ich auch noch Dienstleister, mache Entwicklungen und dieses ganze Zeugs. Alles, was irgendwie mit Linux zu tun hat. Eigentlich bin ich Debianer, verwende auch Ubuntu und Linux Mint. Aber um die anfängliche Frage zu beantworten, wie komme ich überhaupt zu Einmal-Linux? Ganz einfach, Geld. So, jetzt könnte ich den Vortrag schon beenden und Frage beantworte. Aber nein, so einfach mache ich es dann doch nicht. Einmal-Linux ist quasi die kostenfreie Variante für Software, die Red Hat Enterprise Linux braucht. Oder früher CentOS. CentOS ist eingestellt worden. Und Einmal-Linux hat das Ganze beerbt. Und es gibt auch noch Rocky Linux dazu, als quasi freien Nachfolger. Aber Einmal-Linux haben wir denn für mehrere Projekte verwendet. Und bis jetzt läuft es auch ganz gut. Warum überhaupt Einmal-Linux? Eben Ersatz für das mehr oder weniger eingestellte CentOS. Und die Firma, die hinter Einmal-Linux ist, das ist Cloud-Linux. Die versprechen, sie wollen da Geld reinpumpen in das Projekt. Sie haben zehn Jahre Erfahrung schon damit. Und so weiter und so fort. Muss man natürlich gucken, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt. Letztendlich ist es erstmal bloß ein Versprechen einer Firma, die auf diesem Gebiet schon vorher tätig war. Und ob sie ihre Versprechen halten, dass sie auch die Community mit einbinden und das alles wirklich so machen. Muss man halt gucken. Aber im Moment sieht es erstmal gut aus. Es ist aber alles noch relativ frisch. Dann die Frage, wie kriegt man so ein Einmal-Linux überhaupt installiert? Also es gibt quasi einen klassischen Weg. Man lädt sich so ein ISO runter, schmeißt es in eine virtuelle Maschine rein, wie VirtualBox, vor allem wer sonst was. Und kann dann ganz normal einen Server damit installieren. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie man so einen minimalen Server mit einer statischen IP aufsetzt. Oder man kann eben ein vorhandenes Rocky-Linux, ein CentOS 8 umwandeln in ein Alma-Linux. Dazu gibt es so ein Skript hier, direkt von dem Projekt bereitgestellt, führt man mit Root-Rechten aus. Dann wird dann einiges umkonfiguriert, werden die Paketquellen umgestellt und neue Pakete installiert und alles mögliche gemacht. Und hinterher hat man so ein Einmal-Linux. Das Ganze habe ich gemacht auf einem V-Server. Der Hoster hatte einen Rocky-Linux 8 im Angebot und das habe ich mit diesem Skript auf Alma-Linux quasi umgestellt. Und das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Für die Leute, die von Debian kommen, gibt es grundlegende Unterschiede. Alma-Linux und CentOS und diese ganze Red Hat-Schiene, die haben kein Konfigurationssystem, so wie man es von der DepConf unter Debian gewohnt ist. Konfigurationsdateien müssen überwiegend per Hand angepasst werden. Und was anderes ist eben auch, Serverdienste wie Datenbanken oder so ein Apache, ein Nginx oder so, werden nicht automatisch gestartet, nachdem man die Pakete installiert hat. Also man muss jetzt per Hand diese Dienste starten und über System D auf Enable setzen, damit sie auch beim nächsten Hochfahren der Maschine auch wieder mitgestartet werden. Dann gibt es, anders als bei Debian und Derivaten, Module. Module fassen Pakete zusammen, die irgendwie so einen Themenkomplex abbilden, die zusammengehören und die muss man explizit aktivieren, damit man auf diese Pakete überhaupt zugreifen kann. Dann gibt es standardmäßig eine Firewall, bei dem Alma-Linux, was ihr über so ein ISO installiert und alle anderen Ports müsst ihr öffnen. Das ist anders als beim Debian, wo erstmal alles offen ist und nachträglich könnt ihr es dann durch eine Firewall einschränken, aber hier ist quasi erstmal alles zu, bis auf SSH. Dann ist SE-Linux auch aktiv, was teilweise den Zugriff auf Dateien und andere Ressourcen beschränken kann. Je nachdem, was man denn davor hat, muss man dann auch mal gucken. Es gibt aber auch relativ viele Anweisungen dazu, wo denn drin steht, wie man diese und jene Komponente installiert und da steht dann normalerweise auch bei, damit das läuft, müsst ihr noch folgende Regel bei SE-Linux setzen oder sonst irgendwas tun. Dann noch Paket-Match. Im Moment ist halt anders. Es gibt kein APT, sondern DNF und YAMM. Bei dem Alma-Linux 8 irgendwas, also mit 8.3 habe ich angefangen, 4 und 5, ist es dasselbe Tool. YAMM ist sogar in Symblink auf DNF. Also es ist wirklich dasselbe. YAMM ist quasi so das ältere, DNF ist das neuere. Aber man kann es halt so und so angeben. Es verlinkt immer auf dasselbe Programm. Dieser Vortrag ist letztendlich auch so ähnlich wie der, den ich letztes Jahr schon gehalten habe. Bloß, dass ich jetzt eben nicht Debian als Basis habe, sondern Alma-Linux. Also könnt ihr euch auch nochmal angucken, was letztes Jahr so gelaufen ist. Ist vielleicht auch noch ganz interessant. So, Paket-Management. Ich habe jetzt da einfach mal gegenübergestellt, auf der linken Seite immer, welche Befehle man unter APT auf dem Debian machen würde. Und das Gegenstück ist denn halt das, also ich habe immer gesagt YAMM, meistens jedenfalls, da habe ich auch mal DNF genommen. Aber das Gegenstück eben auf der Alma-Linux-Seite. Beim Paket suchen sieht es relativ ähnlich aus. Cache-Search ist der Befehl dafür. YAMM-Search-Paket-Name. Wenn ich jetzt wissen will, welches Paket eine bestimmte Datei enthält, nutze ich hier APT-File-Search und den kompletten Pfad von dem Programm, was ich haben möchte. Oder bei Alma-Linux-Assistent halt DNF-Repo-Query und dann. Und daher habe ich viele Beispiele. Das ist vielleicht was, was ihr euch angucken solltet, wenn ihr das wirklich braucht. Das ist eben dieser Nachschlage-Charakter hierbei. Pakete installieren. Einzelnes Paket installieren. Quasi noch das Gegenstück zu dem dpkg, was bei Debian und Derivaten eine einzelne Debian-Paket-Datei installiert. Heißt bei Alma-Linux und Co. halt RPM. Das löst keine Abhängigkeiten auf. Es ist letztendlich so, als würde man eine ZIP-Datei entpacken. Läuft vielleicht nochmal ein Skript drüber. Aber die Abhängigkeiten zu anderen Paketen werden nicht aufgelöst. Pakete neu installieren. Wieder entfernen. Pakete entfernen, die als Abhängigkeit mitgekommen sind. Gibt es auch eine Lösung dafür. Aktualisieren von so einem System. Das sind quasi so diese falschen Freunde, nennt man es. Unter apt-get heißt es Update. Und unter Debian wird mit einem Update die Liste der verfügbaren Pakete von dem Server runtergeladen. Aber es wird kein Update durchgeführt. Bei Debian ist das zum Aktualisieren heißt der, das Kommando heißt denn Upgrade. Nicht Update, sondern Upgrade. Und bei der Alma-Linux und Red Hat-Schiene heißt das Ganze eben Update. Und Update fasst diese beiden Punkte zusammen. Also holen von neuen Informationen von dem Server, was ist überhaupt vorhanden. Und durchführen von der Aktualisierung. Das ist da ein bisschen anders. Und bei den meisten anderen Sachen findet sich wirklich so eine 1 zu 1 Entsprechung. Was ist in welchem Paket wirklich drin? Da gibt es auch eine Entsprechung. Dann eine Spezialität, wie ich schon eingangs gesagt habe. Es gibt diese Module, die zusätzliche Pakete enthalten können bei Alma-Linux. Und die muss ich quasi aktivieren, damit ich auf diese Pakete zugreifen kann. Wenn ich hier dieses YUM-Modul-List mache, kriege ich so eine Liste mit verschiedenen Modulen, die ich aktivieren kann. Und dort steht auch bei, von welchem Stream das Ganze kommt. Das sind nun mal so, ja, von welchem Zweig letztendlich das Ganze denn stammt. Und wenn ich mir dann ein Modul ausgesucht habe, was ich freischalten möchte, sage ich dann hier Module, Enable, Name von dem, von diesem Modul und dann von welchem Stream das Ganze kommt. Es kann auch mehrere geben. Da muss man dann auch nochmal ein bisschen gucken. Und dieser Parameter minus Y, der ist sowohl unter YUM als auch unter APT dafür da, dass Aktionen durchgeführt werden, ohne dass es nochmal eine Rückfrage gibt. Ansonsten kommt bei einigen denn diese Frage, sollen wir das jetzt wirklich installieren oder sollen wir das Paket wirklich deinstallieren? Sollen wir ein Update machen und so weiter? Und durch dieses Y-DON wird diese Frage halt mit Yes, also mit Ja beantwortet und dann geschieht das halt automatisch. Paketquellen hinzufügen. Da gibt es bei Alma Linux den YUM Config Manager. Da kann man hier dieses Repo hinzufügen. Bei Debian würde man das Ganze vielleicht in die ETC APT Sources List eintragen und nochmal den GPG Schlüssel importieren. Oder unter Ubuntu gibt es da auch so ein, wo man diese PPAs mit managen kann. Aber hier unter einmal Linux ist es halt das hier. Dann gibt es auch noch Paketgruppen. Das sind quasi so Gruppierungen von Paketen, die irgendwie zusammengehören. Das kann ein Desktop sein, wie zum Beispiel hier der XFCE Desktop. Da ist einfach eine Gruppe von Paketen mit dem Desktop, mit verschiedenen Anwendungen zusammengefasst. Und so was ähnliches gibt es halt eben auch unter YUM und da ist es halt Group Install und unter Debian ist es halt Task Sale. Macht auch wiederum was ähnliches, bloß ein bisschen anders. Also die einzelnen Möglichkeiten sind doch sehr sehr ähnlich, bloß die Umsetzung im Detail ist ein bisschen anders. Nachdem wir das Ganze jetzt doch relativ schnell einmal durchgekaut haben, ich werde da auf einem bestehenden Alma Linux gleich eine Apache installieren. MariaDB Server, also für die Datenbank, also Web Server ist der Apache Datenbank MariaDB. PHP ist eine Skript Sprache, die für Webseiten sehr häufig eingesetzt wird. Und dann packe ich noch ein zweites M drauf, ein Mail Server bestehend aus einem DAFCAD und einem PostFix. Und das Ganze mache ich halt überwiegend mit Skripten. Und je nachdem, wie viel Zeit am Ende noch sein sollte und ihr das wissen wollt, können wir auch nochmal in die Skripte reingucken. Oder ansonsten, ja, vielleicht auch in diesem zusätzlichen Jitsi Raum. Dann habe ich noch so ein bisschen zum Thema Sicherheit, einmal so ein SSH-Guard, der überprüft halt das System auf Auffälligkeiten, wenn von außen Angriffe gekommen sind, wie durchprobieren von Mail Server, Passworten oder sonst irgendwas. Dann werden die IP-Adressen von den Angreifern eine gewisse Zeit geblockt. Dann Thema SSL-Zertifikate. Let's Encrypt kennen wahrscheinlich viele von euch die Variante halt, wie man das Ganze unter Alma Linux macht. Ein weiteres Thema bei Sicherheit ist, aktualisieren, Updates machen, regelmäßig, häufig. Also muss das Ganze auch automatisiert werden. Dafür habe ich auch noch eine Lösung da drin. Und noch ein bisschen, wie man Mail-Konten anlegt und Zugriffe auf Verzeichnisse auf Web-Server absichern kann. Damit das Ganze noch ein bisschen praktischer ist, habe ich noch ein Beispiel, eine kleine Beispielseite, die man sich denn angucken kann. Dann Informationen über die PHP-Version, die installiert ist, dann noch PHP-MyAdmin. Da kann man MySQL und MariaDB-Datenbanken über sein Web-Frontend administrieren. So, als nächstes melde ich mich auf meiner virtuellen Maschine ein, die ich von so einem Rocky Linux 8 migriert habe, auf Alma Linux 8.5. Mit SSH melde ich mich an. Da setze ich noch so einen Parameter, damit alle 15 Sekunden der SSH-Server einmal angepingt wird und die Verbindung offen bleibt. Ansonsten könnte es sein, wenn ich jetzt eine Zeit lang nichts mache, dann wird die Verbindung unterbrochen. Und das ist immer irgendwie doof. Solange ich da arbeite, möchte ich auch, dass die Verbindung offen ist. So, das kopiere ich mir jetzt einmal. Und verbinde mich da drauf. Wie man an dem Namen von der Maschine noch sehen kann, kommt es vom Rocky Linux. Und ich habe da bis auf das Aktualisieren noch nichts weiter gemacht. Also das ist quasi so, wie der Hoster, die es Rocky Linux bereitgestellt hat. Und was ich denn auf das Alma Linux 8.5 Aktualisieren gemacht habe. Also mehr ist da noch nicht. Als nächstes ziehe ich mir meine Script-Bibliothek. In dieser Bibliothek hier sind verschiedene Funktionen in Bash drin. Das habe ich letztes Jahr auch sehr ähnlich gemacht für Debian. Bloß jetzt die neue Version, da ist eben AL dran an dem Namen. Das ist vor allem mal Linux. Ich lade mir als erstes diese Bibliothek herunter. Und die einzelnen Funktionen sind auch kommentiert. Also da steht drin, was sie machen. Und bei den einzelnen Zeilen habe ich auch relativ viel Anbeschreibung dazu gepackt. So, dass ihr das auch quasi selbst euch einmal angucken könnt, was das Ganze macht. Und da ist auch noch eine Menge drin. Damit ich die Funktionen jetzt benutzen kann, die in dieser Bibliothek drin sind, muss ich die quasi einmal in meine Bash, in meine Shell so reinladen. Das mache ich mit dem Punkt hier. Freifeld Namen. Und dann sind die Funktionen da verfügbar. Immer wenn es keine Ausgabe gibt, ist es gut. Ansonsten Fehlerausgaben sind natürlich schlecht. Jetzt setze ich für meine eigenen Funktionen Variablen. Da setze ich als einmal, wie der Hostname heißen soll, von meiner virtuellen Maschine. Dann setze ich auch noch mal die Liste der Domains, für denen der Mail-Server zuständig sein soll. Da es bei mir dieselbe Maschine ist, ist das jetzt identisch, läuft beides auf derselben Maschine, ist für dieselbe Domain zuständig. Also ist das jetzt genau dasselbe. Dann habe ich noch eine Admin-E-Mail-Adresse. Die verwende ich nachher auch im Skript. Zum Beispiel für die automatische Benachrichtigung, wenn Updates durchgeführt wurden. Dann bekomme ich an die E-Mail-Adresse, die ich in dieser Variablen speichere, die Informationen zugeschickt. So, dann mache ich einmal das hier, kopieren, einfügen, geht wunderbar schnell. Dann setze ich den Hostnamen und den Domain-Namen. Aktuell hat die Maschine ja auch hier Rocky Linux 2 GB FSN 1.1. Und ich möchte, dass jetzt meine Domain eingetragen wird. Wenn ich mich jetzt einmal auslocke und wieder einlocke, würde ich das hier auch sehen. Aber das spare ich mir jetzt erstmal. Als nächstes installiere ich jetzt ein paar grundlegende Programme. Dabei kommen Teile von diesem Programm aus, ja quasi so ein extra Repo, eine zusätzliche Paketquelle. Da ist zum Beispiel dieses Screen, was ich immer sehr gerne habe. Da kann ich im Hintergrund dann Programme weiterlaufen lassen und kann mich dann darauf wieder verbinden und gucken, wie weit das Ganze läuft. Weiter Programme, die ich mit installiere, sind hier MC, der Midnight Commander. Nano, ein einfacher Texteditor. Wget. Macht letztendlich dasselbe wie Curl. Und dann installiere ich ja auch nochmal den Firewall D. Bei einer normalen Alma-Linux-Installation kommt dieser Firewall Demon, worüber ich diese ganzen Port-Freigaben und Port-Blockierungen mache, auch mit. Bei dem, was ich jetzt bei diesem Hoster mitgekriegt habe, da ist es nicht bei. Also habe ich das in der Funktion zum Installieren von diesem grundlegenden Serverprogramm einfach mit drin, dass ich da wirklich auf dem gleichen Stand bin. Auf so einem normalen Alma-Linux würde das nicht mitkommen, weil es schon da ist. Ja, also so sieht denn die Installation über den YAM oder DNF aus. Ja, Pakete waren runtergeladen, hinterher werden die Entpackt-Skripte laufen und dann ist das auch soweit fertig. Dann den nächsten Punkt. Nachdem dir diese grundlegenden Pakete drauf sind, sichere ich das Ganze einmal ab über eine zusätzliche Funktion. Da installiere ich diesen SSH-Guard. Dass auffällige Zugriffsmuster von externen Servern auch geblockt werden für eine gewisse Zeit. Wenn ich jetzt hier einmal gucke, dann laufen dort auch Prozesse mit dem SSH-Guard mit. Dann das nächste, automatische Updates aktivieren, habe ich auch wiederum eine Funktion für. Da gibt es die DSDNF-Automatic für. Unter dem Debian, was ich letztes Jahr gezeigt habe, da gab es den CON-RPT. Das ist auch sehr, sehr ähnlich von der Art her, was es tut. Bloß, es macht es bloß wieder anders. Dann, nachdem jetzt alle Ports zu sind, weil diese Firewall ja geschlossen ist, öffne ich jetzt explizit die Ports für HTTP, HTTPS, für die verschiedenen Mail-Protokolle, damit ich damit überhaupt was anfangen kann. Und jedes Mal, wo hier Success steht, da werden den Regeln angewendet und ich kann mir mit dem Firewall-CMD-List-Services anschauen, was ist da jetzt freigeschaltet. Also hier HTTP, HTTPS, IMAP, POP, SMT, SSH sowieso. Und ja, diese beiden hier, die kommen auch noch mit dazu. Die waren schon vorher aktiviert. Also es ist nicht bloß SSH aktiviert, standardmäßig, sondern eben die kommen auch noch mit dazu. Dann habe ich jetzt als nächstes mein Mail-Server-Installations-Skript. Und das Ding ist relativ umfangreich. Beim Konfigurieren von PostFix und dem DAF-Cut, da kann man sehr, sehr viel halt falsch machen. Und das ist sehr umfangreich und man kann auch mit kleinen Fehlern das Ganze zum Erliegen bringen, sodass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Von daher ist es immer ganz praktisch, wenn man das irgendwo schon mal fertig hat, sodass man sich darum nicht mehr allzu groß kümmern muss. Und das tut exakt diese Funktion hier. Also Pakete werden erstmal installiert, ein DAF-Cut, ein PostFix. Und danach wird diese Konfiguration vorgenommen. Dort werden dann auch der Domain-Name eingetragen und für welche Domains der Mail-Server auch letztendlich zuständig ist. Das wird dort an mehreren Stellen eingetragen, damit das Ganze auch funktioniert. Ja, also das sind halt mathematische Berechnungen, die da laufen. Und da wird jetzt irgendwelche Parameter generiert, damit die SSL-Verschlüsselung besonders gut und sicher ist. Und das dauert leider entsprechend lange. Und ja, okay, gut, dann noch mal ein Hinweis dazu. Als ich das Ganze hier konzipiert habe, mit diesem Vortrag, habe ich mehrere Testrunden gemacht. Am Anfang, nachdem ich eigentlich meinte, ich habe jetzt meinen Mail-Server richtig vorbereitet, richtig eingerichtet. Das muss doch jetzt funktionieren. Hat das einfach nicht funktioniert. Also mit dem Versenden von Mails. Da dachte ich mir, das kann doch überhaupt nicht sein. Habe da immer und immer wieder drüber geguckt, über die Konfiguration und wirklich nichts mehr gefunden. Bis ich denn irgendwann mal auf die Idee kam, der wird seine Mails nicht los. Jetzt versuche ich mich einfach mal mit einem anderen Mail-Server auf diesem Port 25 zu verbinden. Wenn ich so ein Telnet nehme und mit Port 25 eine Verbindung zum Gegenserver aufmache, sollte ich ja die Informationen von dem Mail-Server auf der anderen Seite halt kriegen. Und das kam ihm auch nicht durch. Und dann habe ich geguckt und ja, Firewall D ist ja freigegeben, Port 25. Da habe ich noch ein bisschen geguckt. Und dann, nee, also habe ich eigentlich immer noch nichts falsch gemacht. Und dann habe ich noch mal geschaut in der Oberfläche von dem Hoster. Habe mich denn da noch mal durchgeklickt. Und unter Netzwerk, also nicht unter Firewall, wo ich es jetzt eher gedacht hätte, unter Netzwerk stand dann bei, ach übrigens, wir blockieren Port 25. Falls ihr das benutzen möchten, dann schicken sie uns eine Nachricht. Da habe ich gedacht, hä? Hä? Das ist ja schön und gut, dass ihr das macht, hat ja auch irgendwie einen Hintergrund. Aber dass ihr nicht irgendwie so einen großen Warn-Dialog beim Bestellen des Servers macht oder so, fand ich schon irgendwie ein starkes Stück. Also, falls das bei euch eben auch so sein sollte, ihr glaubt, euren Mail-Server richtig eingerichtet zu haben und er wird seine Mails nicht los, guckt vielleicht nochmal ganz genau in dem Konfigurationsmenü von dem jeweiligen Hoster. Ob da vielleicht noch irgendwo so ein kleines, verstecktes Oster halt drin ist. Ja, und danach ging es dann auch. Ja, er generiert immer noch. Nachdem das Ganze denn auch durchgelaufen ist, kann man sich ein Programm installieren, Mail-X zum Beispiel, und damit auf der Konsole ganz einfach eine Mail verschicken. Das habe ich dann eben auch gemacht, mehrfach probiert und in der Log-Datei stand, denn ja, konnte die Mail nicht loswerden, weil die Gegenseite hat die Verbindung abgelehnt. Das ist relativ einfach mit dem Mail-X, also Mail-X, halt Kommando aufrufen, dann der Betreff, an wen ich das Ganze schicken möchte und die ist minus V, das macht dann nochmal ein bisschen Ausgabe dazu, dass dann steht, ja, wurde versandt oder so. Und über das, was hier steht, das ist der Nachrichten-Inhalt, Echo und das hier würde mir den Text hier einfach auf der Shell ausgeben. Und in diesem Fall wird diese Ausgabe umgeleitet durch das Pipe-Symbol und dort reingefüttert. Wenn man jetzt diesen vorderen Teil weglässt, dann kriegt man so einen kleinen Editor, da kann man seine Nachricht reintippen und den hinterher abschicken. Und insofern, dass ich diesen Text schon da reinfüttere, kommt diese Abfrage nicht und damit habe ich dann auch schon wieder was automatisiert. So, generiert immer noch. Der Teil mit dem Apache und PHP geht dafür auch relativ zügig. Also da wird so ein standardmäßiger Apache installiert und PHP mit ein paar Modulen dazu. Das Ganze wird dann noch ein bisschen eingerichtet und eben auch aktiviert, dass dieser Service von dem Apache beim Hochfahren auch immer mitgestartet wird. Der heißt unter dem Alma-Linux auch HTTP-D und nicht Apache 2, wie er unter Debian heißt. Wenn man jetzt so einen eigenen Mail-Server betreibt, dann versuchen natürlich andere auch rauszukriegen, ob man jetzt ein Spam-Versender ist, ob das irgendwelcher Mist ist, der von dort kommt. Und je nachdem, wie andere Mail-Server und Mail-Anbieter das Ganze überprüfen, filtern die mehr oder weniger streng. Und einer der grundlegenden Informationen nennt sich MX-Eintrag. Den hinterlegt man in den DNS-Einstellungen von dem jeweiligen Anbieter, wo man jetzt die Domain sich gemietet hat. Das muss nicht dasselbe sein, wo man jetzt ein V-Server gemietet hat. Meistens bieten diese Hoster eben beides an. DNS, also Domain-Bestellung plus V-Server-Mieten. Aber das muss eben auch nicht zusammen sein. Also bei mir ist es jetzt auch getrennt, weil das verschiedene Anbieter sind. Und dort bei dem DNS-Anbieter trägt man den MX ein. Das ist der Mail-Server, der für diese Domain halt zuständig ist. Für mein hier tt-demo pckill.de, da habe ich eingetragen, dass der Mail-Server eben unter derselben Domain auch verfügbar ist. Das kann so sein, das muss aber auch nicht so sein. Man könnte jetzt auch sagen, dass der Mail-Server unter Mail.tt-Demo und so weiter und so fort ist. Diese Information wird halt von anderen Mail-Servern teilweise ausgewertet. Die gucken dann halt nach, ob das auch übereinstimmt. Und das sollte man selbst dann auch immer machen, auch wenn der Web-Server und der Mail-Server dieselbe Maschine für die gleiche Domain sind. So, mal gucken. Okay, gut. Also dann sind wir damit auch durch. Das ist jetzt der Mail-Server-Teil. Als nächstes jetzt Apache und PHP installieren. Das PHP, was normalerweise bei dem Alma-Linux mit bei ist, ist sehr alt. Es gäbe ein Modul dafür, sodass es auch bis Version 7.4, PHP 7.4 möglich wäre. Und dann habe ich gefunden, dass es hier dieses Repository von Remi gibt. Das hat jetzt so meinen Zweck erfüllt. Das wird wohl häufig auch eingesetzt. Und damit funktioniert das Ganze. Und da gibt es zwar hier das, ich nehme jetzt PHP 7.4, aber es gibt auch die 8. Version darüber. Über die Module von dem YAMM kriegt man bis 7.4 aktuell. Also kommt hier darum darauf an, was ihr vorhabt. Kann das Ganze eine gute Möglichkeit sein oder eben auch eine schlechte, welches PHP ihr braucht. Und ob ihr jetzt dem hier vertraut, dem Remi oder lieber eine vielleicht etwas ältere Version haben wollt, die direkt von Alma-Linux kommt. Und dabei werden dann auch noch ein paar mehr Pakete mit installiert. Also PHP auf der Kommando-Zeit ist dann nochmal mit dabei. Und für die Beschleunigung von PHP-Code. Der kompiliert quasi den PHP-Code, legt den irgendwie so einen Zwischenspeicher. Und dann wird das Ganze halt schneller beim zweiten Aufruf. Oder diese XML-Bibliothek. Und für JSON ist noch was mit dabei. Es gibt auch noch viele weitere Bibliotheken für PHP. Kommt wiederum darauf an, was man braucht. Wie wir in unserem Gespräch vorhin zu Sicherheitsthemen schon hatten. Lieber weniger installieren auf so einem Server. Und wirklich bloß das, was man auch wirklich braucht. Das, was ich jetzt hier installiert habe, das reicht dafür, um den PHP My Admin auszuführen. Aber wenn ihr jetzt irgendwas Umfangreicheres, ein CMS-System habt oder ERP irgendwas, dann reicht das vielleicht nicht aus. Dann müsst ihr vielleicht nochmal ein Paket dazu installieren. Nachdem wir eigentlich noch nicht viel gesehen haben von dem, was da rauskommt, schaue ich einmal so. Was kommt da raus? Da kommt diese einmal Linux-Testseite. Wir befinden uns jetzt noch hier im unverschlüsselten Bereich. Darum auch noch HTTP. Und das ist auch noch in Ordnung zu diesem Zeitpunkt. Jetzt mache ich als nächstes weiter mit der Datenbank. Im Moment haben wir zwar einen Webserver und PHP, aber wir haben noch keine Datenbank. Dafür nehme ich den MariaDB. Das ist ein Fork von dem MySQL. Wird sehr aktiv weiterentwickelt. Auch von den Leuten, die früher MySQL gemacht haben. Also das sollte man heutzutage eher verwenden anstelle von dem MySQL. Und ja, das verwende ich eben auch hiermit. Das ist eine SQL-Datenbank. Und dort kommen jetzt diese einzelnen Pakete drauf. Und dann gibt es so ein Absicherungsskript. Was interaktiv ein paar Fragen stellt. Also ich muss jetzt Passworte setzen. Ich habe jetzt, da es eine Erstinstallation ist, habe ich noch kein Passwort für meine Datenbank gewählt. Kein Root-Passwort. Root ist nicht das Passwort von dem Root-Benutzer, sondern der Root-Benutzer der Datenbank. Also das ist wirklich bloß für den Administrationszugriff auf die Datenbank gedacht. Also ich habe keins. Ja, ich möchte ein Passwort jetzt setzen. Das sollte ich immer tun. Ich nehme hier einfach mal das da. Verwendet natürlich ein eigenes für eure Sachen. Und ich schmeiße diese Maschine hinterher sowieso weg. Also könnt ihr damit eh nicht viel anfangen. Ja, Zugriff durch anonyme Benutzer, ja, nicht zulassen, ja. Remote-Zugriff sollte man eigentlich auch nicht zulassen. Und so eine Testdatenbank kann auch weg. Und ob diese Änderungen jetzt sofort gültig werden sollen, sollen sie auch. So, also ich kann bis auf zweimal Passwort eingeben, eigentlich immer Enter sagen. So, jetzt habe ich meine Datenbank soweit eingerichtet. Also ich habe ein Admin-Konto da drin, was Root heißt. Und jetzt kann ich über MySQL Admin mit meinem Benutzer Root hier, dem Passwort, die Versionsnummer erfragen. Bei MariaDB ist es auch so, dass diese ganzen Kommando-Zahlen, Parameter und die API so kompatibel ist zu dem, was MySQL hat. Darum heißen diese Befehle auch noch MySQL. Obwohl ihr eine MariaDB habt. So, wenn ich da so eine Information kriege, welche Versionsnummer das Ganze hat, hat das funktioniert. Wenn ich jetzt das Passwort quasi einmal kaputt mache, dann komme ich da nicht rein. Dann weiß ich schon mal, mein Admin-Zugang, mein Root-Zugang hat schon mal funktioniert. Als nächstes, kleine Infoseite anlegen. Über den Echo-Befehl auf der Shell schreibe ich diesen Inhalt hier in eine PHP-Datei. So, und wenn ich jetzt hier das Ganze einmal aufrufe, nächster Tab, dann stehen da diese ganzen Informationen drin, wo das PHP herkommt von Remi, welche Kompression das Ganze kann und so weiter und so fort. Das ist eine relativ lange Liste, was das Ganze PHP kann, Datenbank und so weiter. Nachdem ich das einmal überprüft habe, sollte ich das auch gleich wieder löschen. Denn diese Informationen können für einen Angreifer durchaus interessant sein. Also sollte die Version von dem PHP oder eines von diesen Untermodulen eine Sicherheitslücke haben, präsentiere ich einem Angreifer sofort diese ganzen Versionsnummern und kann er seinen Angriff darauf optimieren. Kleine andere Sache noch, bei dem Alma-Linux ist es so, dass rm entfernt eine Datei immer interaktiv ist. Also es gibt zu jedem Entfernen von einer Datei eine Nachfrage und indem ich hier sage "-f", wird diese Abfrage übersprungen. Denn in diesem Fall weiß ich wirklich, ich möchte diese Datei auch wirklich löschen. Dann hole ich mir jetzt so ein php-myadmin. Das ist eine praktische Oberfläche zum Administrieren von MySQL und MariaDB-Datenbanken. Das Ganze ist, wie ihr Name sagt, im php geschrieben. Also hier lade ich es einmal runter, dann entpacke ich diese ZIP-Datei. Dann schmeiße ich hinterher auch diese ZIP-Datei wieder weg. Dann benenne ich dieses Verzeichnis, was entstanden ist, einmal um. Ich nehme jetzt erstmal diese Zeilen hier und führe die aus. Diese lange Liste hier, das war das Entpacken und die ZIP-Datei wiederum entfernen von der Versionsnummer in diesem Verzeichnisnamen auf php-myadmin umbenennen. Und als letztes ändere ich jetzt noch die Zugriffsrechte auf das Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen auf den Apache-Benutzer und die Apache-Gruppe. Also die heißen nicht HTTP, sondern heißen Apache. So, denn ansonsten, da ich im Moment ja noch mit Root arbeite, gehört dieses Verzeichnis, alle Unterverzeichnisse und alle Dateien eben dem Root-Benutzer. Aber es soll halt dem Web-Benutzer gehören, also dem Apache-Benutzer. Dann, damit dieses Verzeichnis überhaupt über den Apache verfügbar ist nach draußen, brauche ich eine Konfigurationsdatei. Das ist auch ein bisschen anders als bei Debian und Derivaten. Dort wäre es halt unter etc. Apache 2 und dann gibt es einmal Sites Available und Sites Enabled. Und hier wird das einfach in dem http.conf.d als Konfigurationsdatei angelegt. Also man kann Seiten nicht aktivieren oder deaktivieren, das wird einfach direkt da reingeschrieben. Und das Ganze wird eben auch noch angereichert durch den Domain-Namen, damit diese Konfigurationsdatei, wenn ich gleich die Domain aufrufe, auch dann nachguckt und das phpMyAdmin zeigt. Und hier Port 80 heißt, das Ganze ist noch im unverschlüsselten Bereich, also wir haben immer noch HTTP, kein HTTPS. Über das Echo schreibe ich das in diese Konfigurationsdatei. Und anschließend starte ich den Apache einmal neu. Wenn ich jetzt wiederum drauf gucke, auf die Seite, also ich hatte vorher eine andere Seite, aber durch diese Konfiguration habe ich festgelegt, dass das jetzt die neue Seite sein soll, wenn ich die Domain einfach so aufrufe. Da habe ich jetzt ein phpMyAdmin. Ich könnte mich jetzt theoretisch mit meinem Rufbenutzer und dem Passwort dort anmelden, sollte das aber nicht machen, denn die Daten werden unverschlüsselt übertragen. Machen wir das Ganze gleich nochmal ein bisschen sicherer. Denn als nächstes holen wir uns jetzt einmal Let's Encrypt. Let's Encrypt stellt kostenlose SSL-Zertifikate aus. Da gibt es so ein Programm, was mit dem Let's Encrypt-Server kommuniziert und dann werden da Informationen ausgetauscht. Und dann hat man hinterher auch wirklich so ein SSL-Zertifikat im eigenen Web-Server. Das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Gibt es für Apache, gibt es für Nginx und für, glaube ich, noch ein paar weitere. Und das Ganze ist in meinem Skript auch mit drin. Da wird dann dieser Zert-Bot installiert. Das ist dieses kleine Programm, was mit der Gegenseite, mit dem Let's Encrypt-Server kommuniziert und auch die ganze Einrichtung vornimmt. Also man muss hinterher, wenn man diesen automatischen Modus verwendet, auch nicht den Apache-Server nochmal umkonfigurieren oder so. Das kann dieser Zert-Bot alles mitmachen. Man kann jetzt noch sagen, dass man Informationen von der Electronic Frontier Foundation haben möchte oder nicht. Ich möchte das jetzt nicht haben. Und jetzt wird für meine Domain das Zertifikat angefragt. Und auch gleich hier abgelegt in dem Verzeichnis, also das Zertifikat und der private Schlüssel. Das macht dieser Zert-Bot automatisch. Und automatisch hat er jetzt auch das Weiterleiten von HTTP auf HTTPS mit eingebaut. Wenn ich jetzt wiederum meine Domain hier aufrufe, dann ist das Ganze jetzt verschlüsselt. Ich habe da nämlich jetzt die Schloss davor und sagte mir auch Zertifikat gültig. Und dort steht drin, wurde ausgestellt von Let's Encrypt am heutigen Sonntag um diese Uhrzeit wurde es ausgestellt und ist gültig bis zum Februar. Also das funktioniert jetzt automatisch schon. Dann als nächstes, wenn ich jetzt das Ganze noch absichern will, dass nicht jeder auf meine PHP-MyAdmin-Seite kommt, dann benutze ich noch diese Datenbank von Apache, wo ich Benutzernamen und Passwörter in Gash der Form ablege. Und dann kann ich damit quasi Seiten dicht machen. Dafür gibt es dieses HT-Pass-WD. Wenn ich das jetzt mache, lege ich eine neue Passwort-Datenbank mit dem Benutzer db an. Jetzt Passwort. Ich gebe das nochmal an und wenn ich da einmal reingucke, habe ich hier meinen Benutzer db und in gehasheder Form das Passwort, was ich gerade angegeben habe. Wenn ich jetzt die Datenbank erweitern will, mache ich das so. Benutzer daraus löschen, mache ich so. Wenn ich jetzt dieses Verzeichnis, wo PHP-MyAdmin drin ist, schützen möchte, lege ich so eine HT-Access-Datei an. Mit Punkt davor heißt, die ist versteckt. Und dort wird auf die Datenbank zugegriffen, die ich oben angelegt habe. Habe ich noch so einen Namen hier, geschlossene Gesellschaft, einfache Authentifizierung. Und es wird ein gültiger Benutzer gebraucht, um darauf zugreifen zu dürfen. Das lege ich einfach an. Und wenn ich jetzt wiederum die Seite aufrufe, muss ich jetzt meinen Benutzer, den db-Benutzer und dann komme ich jetzt wiederum auf diese Seite drauf. Sonst halt nicht. Also jetzt habe ich SSL-Verschlüsselung drauf, dass keiner den Datenstrom überwachen kann. Und dazu eben auch noch eine Benutzer-Authentifizierung, die nicht die von dem phpMyAdmin ist. Jetzt lege ich mir für MariaDB einen zusätzlichen Administrator an. Da logge ich mich erst mal auf der MariaDB-Konsole ein. Mit dem richtigen Passwort komme ich da auch hin und dann kann ich jetzt meinen Befehl eintippen. Ich lege jetzt einen neuen Benutzer an. Create User. Hier sind die Befehle von SQL, von der Datenbank hier, um einen neuen Benutzer anzulegen, der jetzt Admin heißen soll und Localhost. Also nur für das System selbst. Also von außen kann man damit nicht zugreifen, sondern bloß von innen her. Und das Ganze soll hier wieder ganz geimes Passwort haben als Passwort. Dann bekommt dieser Benutzer Admin auch Zugriff auf alle Privilegien. Also kann man Datenbanken anlegen, löschen, Tabellen anlegen, löschen und alles Mögliche machen. Dann werden diese Zugangsberechtigungen einmal neu geschrieben, dass sie auch gelten und dann gehen wir auch wieder raus aus diesem interaktiven Modus. Da mache ich einmal so, kopieren, einfügen und bin wieder raus. Jetzt überprüfe ich das Ganze auch nochmal, ob das wiederum funktioniert, wie wir vorhin hatten. Unterschied ist jetzt nicht mehr Root, sondern Admin. Und jetzt kriege ich auch wiederum die Versionsnummer raus. Wenn ich jetzt einen anderen Benutzer nehme, komme ich eben nicht rein. Dann kurz noch anlegen hier, Konfigurationsdatei ändern von dem phpMyAdmin. Der Unterschied dabei ist, diese Anmeldemaske fällt dann weg. Aber da es ja durch diese Apache-Absicherung gesichert ist, dass ich sowieso mal ein Passwort angeben muss, diesen DB-Benutzer, bin ich da auch sicher. Und da habe ich ja meine Datenbanken, alle möglichen Informationen und so weiter. So, genau, haben wir gesehen. Mail-Konten einrichten funktioniert über Ad-User, neuen Benutzer anlegen. Der braucht keine Shell, also man kann sich mit dem nicht auf dem System anmelden. Gibt noch ein Passwort, trägt man einen in den Mail-Client, den man benutzen möchte. Wichtig dabei ist hinterher, New Aliases aufzurufen und den Postfix einmal neu zu starten. Benutzer löschen, ist umgekehrt, Dell-User und dann ist er wieder weg. Einmal hier für so ein Mail-Programm, wo man das einträgt. Den hatten wir schon. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, um den Mail-Server beliebt zu machen, dass er nicht nach Spam aussieht. Das eine heißt RDNS bzw. DNS-Reverse. Guckt danach, wenn das irgendwie nicht funktionieren sollte. Andere Möglichkeiten, einfach mal zum Nachschlagen. DKIM, SPF, DMARC oder einfach mal den Betreiber von dem anderen Mail-Server anschreiben. Zum Beispiel bei T-Online habe ich das gemacht, hat funktioniert. Ansonsten noch, Micha hat dazu auch noch sehr viel weiteres erklärt. Im Mitschnitt könnt ihr da noch sehen von unserer Show von ein paar Monaten, glaube ich, schon wieder. So, das wär's ansonsten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017